Wow, Einrad. Oh, auch extrem selten. Junge, du hast... Ich hab mich ein einziges extrem selten bekommen. Junge, du hast... Junge, ich hab schon wieder ne Rasche. Ich darf mich nicht ergötzen daran, dass du ungewöhnlichst. Ich zieh das dann auf. Hey Leute, ich bin's, der Claudio. Und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde. Ich hab den Dicke dabei. Was geht? Moin. Und Dicke, du siehst es schon im Hintergrund. Ich wollte es dir kurz zeigen. Und Freunde, ich hab mit Dicke, so gut wie es geht, alles geöffnet. Bis auf Geschenke. Und Dicke, es gibt etwas... Ich erklär dir das erstmal, guck mal. Es gibt auch hier, wie bei den X, Common, Uncommon, also gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, ultra selten und legendary. Also legendär. Und legendär gibt es momentan, dieses Fahrzeug zu ziehen. Und... Ja, Fahrzeuge sind ja auch krass in Adopt Me. Und ich glaube, du hast ja auch noch kein Fahrzeug, oder? Ich hab kein Fahrzeug, ne. Ja, guck mal, ich hab zum Beispiel das hier. Das kriegt man halt, wenn man die Daily Lock-and-Streak hat. Das ist richtig schnell, das Auto. Okay. Also kriegt man keine Pads. Ne, mach ich dir keine Pads. Nein, natürlich nicht. So, Dicke, weißt du was? Weil wir das vor meiner Tür machen? Ja, klar. Komm, mach mal Hokus-Mokus. Weil, wir müssen es auch draußen machen. Weil, stell dir mal vor, wir kriegen ein Auto, dann können wir es ja nur draußen fahren. Weißt du was, Dicke? Ich fang an. Ich sag's dir mal. Guck mal. Dann können wir ja mal... Dicke, ich hab mal eine Frage. Wie viele Bugs hast du oben rechts stehen? Jetzt hab ich 29.000. Ich hab 31.000. Junge. Ey, Freunde, schaut mal in die Kommentare, wie viele Bugs ihr habt. Das würde mich mal interessieren. Und man muss sagen, Dicke und ich haben beide nicht einen einzigen Bug gekauft. Nee, das stimmt, ja. Das heißt, ja. Alles self-made. Ja, wir sind self-made-Millionäre. So, Dicke. Wir fangen mit Dicke. Ach, ich hab jetzt vergessen, dir zu sagen, was für eine prozentige Chance man bekommen kann. Das hab ich mir angeguckt. Hast du dir angeguckt? Bleib mal kurz du da. Ich komm sofort zu dir. Bleib mal kurz du da. So. Bei den Kleinen hat man 0,5-prozentige Chance, legendär zu bekommen. Bei dem großen 1,5 und bei dem ganz großen 4%. Okay, das ist doch schon mal gut. So, ich komm wieder zu dir. Also, wir wollen nur legendär haben, ja? Ja, natürlich. Ja, der Rest ist vollcomic. Also, ich fang mal mit dem Kleinen an. Ich fang mal mit dem Ersten an. Hey, was machst du da, Dicke, noch nicht? Oh, das ist ja sehr groß gewesen. Ja. Ich hab hier so ein, ja, so ein, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, Liebesbrief, Umschlag, Ballon. Ich hab so ein Ballon, so. Ja, ist jetzt nicht so krass. Ach, du fangst mit den großen an, Dicke, na gut. Ja. Du hast einen Kinderwagen, der ist auch cool. Ist der cool? Ich fang mit den Kleinen an, aber wenn du mit den großen an fangen willst, dann mach das. Ich hab mich nur vertippt. Ich fang mal mit den Kleinen an, jetzt weiter. Ich hab schon wieder so einen Ballon. Ich will keinen Ballon. Warum hast du so viel Glück? Ich geb den Kinderwagen. Machen wir später, ich geb ihn später. Ja, später, wollte ich grad sagen. Oh, ich hab coole Rollschuhe gefunden. Neon-Rollschuhe. Ey, wie cool. Oh, wie kann ich sie ausziehen? Oh, die nerven mich gerade. Erwartet, Papa Martin. Extrem selten. Niemals. Oh, ich kann fliegen damit. Wo bist du hin? Ich hab mal, willst du dich? Aber wie komm ich runter? Ja, weißt du nicht? Springen oder mach das Geschenk weg. Papa Martin ist verschwunden, Freunde. Du bist nicht. Da bist du. Komm, ich öffne das nächste. Hm. Gewöhnlich. Böller muss ich favorisieren. Mann, du hast so Glück. Ich hab nur so ne Pflanze bekommen. Ja, wow. Hä? Aber das ist ungewöhnlich, ne? Das ist häufig. Ah, okay. Ja, ich hab's nicht einmal bekommen. Aber Kinderwagen, Kinderwagen zu... Junge, ist dein Ernst schon wieder gewöhnlich? Ich kick nur dieses Ballon. Ich hab hier dreimal. Oh, wow. Extrem selten. Ein Wurfmark... Junge, du hast schon... Du hast schon... Was ist das? Du hast schon dreimal oder zweimal extrem selten. Das ist ein Wurfmarker, damit kannst du schneller... Also du musst einmal draufklicken, dann kommst du... Ich hab wieder einen Neon-Rollschuhe, gewöhnlich. Aber wie kann man das besser zielen? Ah, ich verstehe, okay. Okay, da kommst du schneller zu Sachen hin. Ja, öffne du jetzt. Ich hab's schon geöffnet. Der ist auch cool. Ich hab recht Glück bis jetzt. Ja, du hast nicht so ein bisschen Glück. Du hast sehr Glück. Was ist das? Sehen. Auch sowas, ja? Junge, du Kass... Wike, ist es dein Ernst, Mann? Du hast nur Glück die ganze Zeit. Ich hab nix... Ich hab schon wieder Rollschuhe gewöhnlich bekommen. Ich hab... Wike, ich hab dreimal Rollschuhe und dreimal Luftballons bekommen. Wow. Ich hab das andere keine Ahnung, was es war. Junge, der hat schon... Noch einmal selten. Der hat schon wieder selten bekommen. Ich hab gewöhnlich... Ich hab ne Meerjungfrau auch hast du bekommen. Wow. Ich glaub, das ist ein Karma, Alter. Wofür? Wegen letztens. Als du mich geprankt hast. Ach ja, stimmt. Ich hab's ja geprankt. War ja was. Junge, schon wieder die Luftballon. Ist das dein Ernst? Ich hab nur noch ein kleines Geschenk. Und du? Du hast jetzt keine mehr, ne? Aber hast du nicht schon zehn? Ich hab 15 gehabt. Achso, ich hab nur zehn geöffnet von den Kleinen. Ich hab große Geschenke 15. Ah, ne, da hatte ich auch nur zehn. Da warst du langsamer gewesen. Stimmt. Warte kurz. Achso. Oh, endlich. Hab ich einen Kinderwagen. Endlich. Jetzt musst du noch ein großes Geschenk... Ah, ne, Deutschland. Wie viele große Geschenke hast du? Mit 14. Ja, okay, dann sind wir relativ gleich. Jetzt musst du wieder öffnen. Ich hab auch hier... Ich hab auch schon 14. Ich hab aber die Kinderwagen jetzt auch... Immerhin weißt du, jetzt freu ich mich. Die Frage ist, wer von uns beiden wird als erstes... Oh, ich hab ne Pancake-Wurfscheibe. Das Auto ist jetzt besser, ne? Ich hab jetzt schon alles Gute gezogen. Guck mal, guck mal, guck mal. Die Gäste, ich hab was, guck mal. Wurfscheibe, da kannst du werfen und dann holt dir dein Haustier das zurück. Ah, okay. Habe ich auch. Ja, wenn du zu was hast, hast du das wahrscheinlich auch. Hä? Hä? Was passiert? Wurfscheibe. Wow, ein Rad. Oh, auch extrem selten. Junge, du hast... Ich hab mich ein einziges extrem selten bekommen. Junge, Lauchkau-Spielzeug. Ist es dein Ernst? Ja und ja, ja. Passt zu dir eher nicht zu mir. Ja, der Spruch ist nicht gekommen. Ich dachte, er ist wieder gekommen. Eine Rasche. Endlich. Junge, du hast... Junge, ich hab schon wieder eine Rasche. Ich darf mich nicht ergötzen daran, dass du ungewöhnlich ziehst. Ich zieh das dann auch. Okay, mach. Warte, das hab ich auch gezogen. Hab ich aber weggemacht. Junge, ist es dein Ernst? Wie viel hast du... Junge, er zieht einfach alles, was es gibt. Ich ziehe gar nichts. Junge, ich hab... So, ich bin dran, was? Ja, wie viel hast du noch? Zehn. Ich hab auch zehn. Passt perfekt. Meine Güte. Oh, du hast weggedrückt. Du musst nicht draufklicken. Du kannst einfach irgendwo in ein Bild reinklicken, ne? Ach so. Ja, du musst gar nicht auf das Geschenk klicken. Na, das ist schön. Ich hab schon wieder ein Lauchkau-Spielzeug gefunden. Ein Wohpanker? Das ist auch extrem selten. Das ist auch extrem selten. Ne, nur selten. Nur? Ach so, ich hab nicht ein einziges Seltennis. Jetzt extrem selten. Endlich, Hummelwohpanker. Endlich. Freundlich, ich hab mein erstes extrem selten ist. Aber ey, Legendary kriegen wir nicht, ne? Hm. Aber das ist noch alles offen hier. Ja? Ey, das ist aber krass. Ja, ich meine, wir haben zehn kleine Geschenke geöffnet und öffnen gerade 15 große Geschenke. Und wir haben immer noch nicht Legendary bekommen. Also das ist natürlich auch krass bei den Geschenken, weil man hat ja hier nur eine 1,5%ige Chance, glaube ich, das zu bekommen. Aber ist schon echt... Kann man mit den Sachen, die man so zehnmal hat, irgendwas anfangen? Nee, kannst du nur traden. Kannst du traden oder verschenken. Ich mag es auch nicht, wenn ich das so oft habe, weil das bringt mir ja nichts. Och, Junge, ich hab schon wieder diese Rollschuhe. Die Rollschuhe hab ich zum Beispiel noch nicht. Ja, aber die sind auch nicht so cool, sag ich ehrlich, weil ich kann nicht so gut mit dem fahren. Oh, ein Hummelspringstock, der ist cool, endlich. Was hast du gesagt, Nikkei? Ich hab jetzt schon fünf Stück, wenn die Kinder waren. Krass. Ach man, schon wieder ein Lauchspielzeug. Komm schon. Schade. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, dass mit dem... Na gut. Ich mein, wir haben noch die großen Geschenke. Vielleicht haben wir da... Vielleicht haben wir da mehr Glück. Das ist aber echt krass, ne? Wir ziehen einfach gar nichts. Da haben wir wieder eine Rassel. So, ich fang mit dem großen an. Was extrem groß ist. Okay, doch, du kannst warten. Ja, okay. Oh, wow. Komm, wie groß das aussieht. Das hast du aber nicht, ne? Nee, was ist das? Selten aber nur. Oh, tschüss. Ich kann dann hochspringen. So, ich hab jetzt meins. Hafen, Wurf, Anker. Ey. Ich will doch einfach nur, dass einer von uns beiden das Auto zieht. Wobei, wenn du es hättest, dann... Okay, ja. So, ich bin dran. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hab ein Einrad extrem selten. Oh, Mann. Ist das so? Äh, ne Wurfscheibe. Ach, Mann, die Kay. Wurfanker. Was ist das? Ein UFO-Kinderwagen. Und was ist das? Selten oder was? Extrem selten. Was? Wie cool das aussieht. Junge, das sieht ja richtig cool aus. Ich hab noch zwei Geschenke. Boah, das ist aber auch cool. Das sieht richtig cool. Das hab ich kurz erschrocken, ey. Junge, ich hab schon wieder so... Ich hab nur noch ein Geschenk. Das gibt's nicht. Du hast es nicht geschafft, ey. Jetzt bin ich bei meinem letzten. Kinderwagen. Klapptelefon, Kinderwagen. Selten. Freunde. Die Kay und ich, warte. Wir können ja mal nachzählen. Zehn? Fünfzehn? Ja. Äh, dreißig jeweils jeder, ne? Ja. Wir haben insgesamt 60 Geschenke geöffnet. Und wir haben... Ach, wo ich auch hab... Nee, nö. Ich hab nix Legendäres bekommen. Also das ist schon... Wir schauen nicht. Das ist schon echt... Also das ist jetzt... Heute war schon krass, ey. Weil wir haben nicht einen Kinderwagen oder so bekommen. Also das ist schon ein bisschen schade, muss ich ja nicht gestehen. Weil, boah, ich hätte mich schon gefreut, dass wir vielleicht den Wagen bekommen würden. Aber hat wohl nicht geklappt. Freunde, sollen wir ein paar zwei machen? Vielleicht können die Kay und ich... Wie wir das bei den Urban Hacks gemacht haben. Oder nee, doch. Wie wir das bei den Urban Hacks gemacht haben. Bis wir den Gargolzin öffnen wir so lange die Geschenke. Und ja, bis wir den Wagen kriegen. Aber ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich mein, ich fand diese UFO-Kinderwagen, die fand ich schon ganz cool. Die waren alle cool, ja. Ja, der war schon ziemlich stark. Ja, aber das war nicht legendär und legendär, ne? Ja, lass mich los, die Kay. Ja, Freunde, schreib's mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, kommentieren, Glock aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Das Ends. Untertitelung. BR 2018